aktivwasser ist ein wasser was mit hilfe eines gerätes elektrophysikalisch aktiviert wird und die frage nach gutem wasser ist ja so alt wie die welt das heißt früher haben sich ja auch schon menschen damit beschäftigt wo bekomme ich denn gutes wasser her und die natürlichste form an gutes wasser zu kommen ist halt eine quelle und es gibt letztendlich ja natürlich auch besondere quellen heilquellen zum beispiel und da gibt es auf dieser welt ja eine ganze reihe quellen und wir haben hier in deutschland haben wir eine ganz besondere quelle und zwar im hochsauerland das ist der schieferstollen in nordenau und da rinnt das wasser durch verschiedene schieferschichten und wird einer natürlichen elektrolyse ausgesetzt und wird dadurch mit bestimmten eigenschaften versehen also antioxidative ist da die das richtige wort